Ich habe ein neues Buch geschrieben. Und zwar ein Buch zu einem Thema, was für uns alle wichtig ist, was uns alle interessiert, aber über das wir meistens ziemlich wenig wissen. Nämlich den Himmel. Ein Buch über den Himmel. Über einen sehr langen Zeitraum von mehr als zehn Jahren hat der Herr mir immer und immer wieder Visionen, Bilder, Eindrücke gegeben, teilweise auch Diktate zu diesem Thema. Am Anfang war das wie so einzelne Puzzlesteinchen, die so überhaupt keinen Sinn ergaben und kein Bild ergaben. Und im Lauf der Zeit fügte sich dann das eine zum anderen zusammen und letztlich ergab sich ein faszinierendes, geniales Bild vom Himmel, von dem, was uns erwartet. Und diese Bilder und Visionen sind eingeflossen in dieses Buch. Meine Entdeckungsreise im Himmel. Meine Entdeckungsreise im Himmel. Das Buch hat drei Teile. Im ersten Teil geht es mehr allgemein um das Thema Himmel. Dieser erste Teil, Einblicke in die geistliche Welt, beinhaltet beispielsweise Themen wie, wo ist der Himmel? Hineingeboren in die himmlische Realität. Hinzutreten zum Thron der Gnade. Eingesetzt im Himmel. Und so weiter. Im zweiten Teil kommt dann dieser persönliche Bereich von mir, wo die Dinge, die ich gesehen habe, in 40 Kapiteln, 40 Bildern von mir beschrieben werden. Dieser Teil heißt Entdeckungen in der himmlischen Dimension. Dann gibt es einen kurzen dritten Teil, wo ich dir einige Tipps und Hilfen gebe, damit auch du in dieses Ding hineingehen kannst. In diese geistliche Schau, diese geistliche Offenbarung hineinkommen kannst. Deine Entdeckungsreise im Himmel. Ich lade dich herzlich ein, dir dieses Buch zu bestellen. Ich glaube, dass dieses Buch ein großer, großer Segen für dich ist. Dich einfach mit dem zu beschäftigen, was Gott für uns bereitet hat. Die Bibel fordert uns auf, trachtet nach dem, was droben ist. Sind nach dem, was droben ist. Und genau das möchte ich dir mit diesem Buch, dazu möchte ich dir helfen, mit diesem Buch. Es ist ein großer Segen. Ich bin ganz sicher für dich. Denn die Hauptthematik dieses Buches ist die. Gott hat viel, viel mehr für uns, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und das, was er für uns vorbereitet hat, ist genial. Ich lade dich herzlich ein, dir das Buch jetzt zu bestellen. Und ich bin sicher, du wirst erfahren, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!